Moin Freunde und herzlich willkommen bei Phantom. Vor einiger Zeit hatten wir on stream auf Twitch was Großes erlebt, eine große Überraschung. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie ich bei unerwarteten, also wirklich unerwarteten Donations eskaliere, wie es sonst keiner tut, dann bleibt dran, seht selbst. Wo sind die Gegner? Es sind glaube ich wieder zwei Teams. Zwei Gegner Teams. Jetzt wird er mich sehen. Ja Moin. Hier. Hey Skoggeek, schön dich wieder zu hören und wieder zu sehen. Nice, 20 Euro. Alter Schwede, waschallah, was ist denn los bei dir? Vielen, vielen Dank. Alter, jetzt erst gesehen. Endlich kann man bei dir donaten. Ey, alter Schwede, da geht mir auf jeden Fall ein großer Kuss raus. Skoggeek. Vielen, vielen Dank. Alter Schwede, hast auch lange dafür gewartet, muss ich sagen. Alter, mein Herz. Alter Schwede. Mega, mega. Skoggeek, du bist der Beste. Du bist der Beste. Ich feier dich. Mega geil. Mega geil, mega nice. Au, unser 4, 4,20 Euro. Was ist denn heute mit euch los? Alter Schwede. Vielen, vielen Dank. Alter. Hier, weiß Skoggeek. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, ihr seid so, oh komm, hier, für euch. Ihr seid so, so geil. Ohne Witz. Ihr habt mir mein Wochenende versüßt. Oh, morgens Muttertag. Ohne Witz. Morgen wird hart gegrillt. Oh, ich esse eine Bratwurst für euch mit. Oh, geil. Hui. Komm, hier rede ich in Schwitzen. Alter Schwede. Ah, wo sind die Gegner? Uff. Wollen wir überhaupt nicht gerade drauf? Klar. Alter Schwede. Hui. So. Ich schwitze auf die Gegner. Alter Schwede. Mein Boot ist noch hier in der Nähe? Ja, moin. Zieh umrunden von links. Hä. Ihr seid so genial. Ihr seid so genial. Alter Schwede. Uff. Uff, uff, uff. Mal sehen, ob ich ein bisschen rangehen kann hier. Haben sie sie schon aufgenommen? Nee, ist noch eine Verbannung. Uff. Oh, ich habe irgendwo was knisternd hören vor mir. Nee, doch nicht. Sneak mal langsam ran. Uff. Alter. Erstmal wieder auf Spielwühls konzentrieren hier. Uff. Die Konzentration ist ja komplett woanders jetzt gerade. Alter Schwede, ihr seid so genial. So genial. Boah, Skokig, Alter. Alter Schwede, das geht bei dir ab. Sorry. Ich hole das mit den Donations nach. Oh, Alter. So, wow. Herzlich willkommen in der Community. Danke für ein Follow. Skokig, du bester Mann. Alter Schwede, meine Rübe ist so rot. Was geht, Bro? Oh, wie läuft der... Wie läuft der Straße? Wie läuft der Stream? Er läuft mega geil. Alter Schwede. Ich weiß nicht, was heute los ist. Skokig haut hier ein nach den anderen raus. Aaron hat auch schon donated. Alter Schwede. Boah. Mit 40 Euro. Boah. Das ist... Von 20 Euro war schon die höchste Nation. Jetzt 40 Euro. Skokig. Skokig. Was ist mit dir los? Sorry, bin behindert. Haha, meinte Stream. Alles gut, du bist nicht behindert. Ja, ich bin gerade behindert, weil, Alter, es eskaliert gerade. Boah. Es eskaliert gerade. Skokig. Vielen, vielen, vielen Dank. Aaron. Vielen, vielen Dank. Alter Schwede. Ihr seid so am eskalieren. Vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr seid einfach so geil. So geil. Und ich bin so am eskalieren hier. Und hab gerade die Raben geholt. Ja, moin. Alter Schwede. Boah, mein Herz. Es pocht. Es pumpt wie noch nie. Huh. Ihr seid so geil. Ohne Witz. Ihr seid so geil. Alter Schwede. Haut er mal eben 40 Euro raus. Puh. Ich wünsche, ich hätte auch Paypal. Ey, ohne Witz. Ich hab mir das auch erst vor zwei Wochen zugelegt. Beziehungsweise ich hatte es vor vier Jahren mir zugelegt. Hab es danach nie wirklich freigeschaltet. Und Skokig hatte ja schon gesagt, dass er mal gerne Donation möchte. Und dann hab ich mich echt da rangesetzt. Und hab alles gegeben, um das irgendwie freizuschalten. Und das hat dann wirklich vor eine Woche, zwei Wochen geklappt. Und dann haut er hier einen raus nach dem anderen. 20 Euro, 40 Euro. Aaron auch 4,20 Euro. Ihr seid so heftig am Start. Aber die Follows, die darf man auch nicht vernachlässigen. Ohne Witz. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid einfach mega geil. Boah. Alter. Huh. Ich hab grad so viel Adrenalin. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaub, das merkt man auch gerade übelst. Huh. Oh, Shot. Ich würd, am liebsten würd ich grad alle... Na. Boah. Huh. Alter Schwede. Huh. Die sind aber auch noch hier. Die sind noch im Gebäude. Die sind noch nicht abgehauen. Was zockst du alles so an, Games? Boah. Ich fang mal an. Ich rate mal die Games-Honer, die ich bisher jetzt gezockt hab beim Stream. Apex. Escape from Tarkov. Leech of Legend. Heroes of Storm. Hunt Showdown. Äh. Subnautica. Subnautica. Ja moin. Subnautica. Äh. Oh. Auern-Safir. Alter. 15,80€. Was ist bei dir los? Müssen wir das noch auf eine gerade 20 bringen? Alter Schwede. Ihr seid so am eskalieren. Alter. 40€. 20€. 20€. Oh. Bruder. Vielen, vielen Dank. Aro noch mal. Für 15,80€. Alter Schwede. Geil. Danke. Danke, 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 danke. Apex Legends hab ich vergessen, gar ruhig zu sagen. Oh, scheiße. Okay, er hat ihn getötet. Okay, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Puh. Alter Schwede. Uh. Uh. Alter. Ihr seid so geil. Alter Schwede. Ihr seid so nice. Okay. Okay. Sind die immer noch hier? Ja. Sind immer noch im Gebäude drinnen. Sind immer noch im Gebäude drinnen. Uff, uff, uff. Alter Schwede. Ihr seid die Besten. Ihr seid so geil. Maschallah. Ihr seid geil. Oh, Skogkick. Alter, was ist bei dir los? Du bist auch geil. JLNK ist auch am Start. Skogkick. Alter Schwede. Wir machen die 100 Leute voll. Ich hoffe, ich konnte dein Wochenende verschönern. Mach weiter so, Bruder. Oh, Skogkick, Alter. Ohne Witz, Alter. Uff. Uff. Ich. Oh. Digga, du machst mir heute noch einen richtigen Herzenfakt. Ohne Witz. Oh, Alter. 40 Euro. Nochmal 40 Euro. Und ein 200 Euro hast du heute voll gemacht. Skogkick. Skogkick, Alter. Uff. Meine Stimme, Alter. Da ist so ein richtiges Zittern gerade drin. Alter, du machst mich echt schwach. Und Aro mit 23 Euro. Alter. Ihr seid so, so heftig am Start heute. Ihr seid so heftig krass am Start. Euer Support. Alter. Ohne Witz. Oh. Ey, gleich zwölf Stunden Stream, Alter. Um das irgendwie zu kompensieren, ey. Ohne Witz. So, vier. Haut nochmal 40 Euro aus. Scheiße. Fuck. Ich kann nicht mehr. Skogkick meinte, du bist cool. Was Skogkick sagt, ist Gesetz. Alter. Ihr seid so, so fucking geil. Auren, Alter. Vielen, vielen Dank für die 40 Euro nochmal oben drauf. Scheiße geil für deine Donation. Alter. Oh, fuck. Ihr seid so, so heftig am Start. Ihr seid so am Eskalieren, Mann. Leben meine Leute überhaupt noch? Alter, das ist die Wunde auch noch, dass es so wieder geht. Sie gibt es auch noch so mit, Mann. Mann. Bro, lass dir gesagt sein. Du bist hartsympathisch. Alter, ihr wisst gar nicht, wie ich gerade abgehe. Du bist so geil. Skogkick. Du bist so geil. Die ganzen Follower. Ihr seid so geil am Start. Digga. Ich bin gerade so laut gewesen. Ich glaube, mein Vater gerade unten in der Wohnung. Der wird gleich einmal Alexa anschmeißen und sagen, ey, was ist bei dir los? Du bist so am Rumschreien. Digga. Ich bin so übelst überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich heute den Stream anmache, dass ihr so rein supportet. Ohne Witz. Mega, mega geil. Vielen, vielen Dank. Alter Schwede. Ah. Huch. Ich liege ja gar nicht auf den Boden. Alter. Huch. Skogkick. Aaron. Ihr seid am eskalieren. Und vielen Dank auch nochmal viel Follows. Das ist auch nochmal so untergegangen. Alles. Das ist so mega heftig geil. Alter Schwede. Wo ist denn hier die Kasse da? Ich habe sie klingelt. Genau so wie auch gerade eben die Kasse geklingelt hat. Ey, ohne Witz. Ich glaube es nicht. Alter. Krass. Krass krank. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ich hoffe es geht euch gut. Ich wünsche euch so viel Gesundheit. Ohne Witz. Ey. Krass. Skogkick bleibt der Top Spot. Ohne Witz. Alter Schwede. Alter Schwede. Und dann macht er sogar noch 1 Euro. Damit Skogkick on the Top bleibt. Ihr seid einfach so, so geil. Ey. Ohne Witz. Ich hoffe ihr habt ein richtig geiles Wochenende heute und morgen und oh. Vielen, 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 vielen Dank. Ohne Witz. Ohne Witz. Du bist auch geil. Oh. Ihr seid. Ohne Witz. Ihr seid so geil. Oh. Alter Schwede. Ein Herz geht für euch raus in den Chat. Oh. Hier meine Hände. Alter. Kann man was sehen? Meine Hand zittert. Alter. Puh. Okay. Wo geht die Party ab? Einer ist down. Einer von den Gegnern ist down. Puh. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Oh. Alter Schwede. Uff. Hinter mir war jetzt gar nicht so gut. Oder? Alter. Mein Team. Auch hier gerade. Im Spiel. Die unterstützen mich gerade so, dass ich nicht sterbe. Uff. Uff. Wasch aber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Puh. Oh. Mega nice. Mega, mega nice. Ihr seid so genial. Oh. Teammate ist down. Können wir nicht zulassen. Nein. Der nächste ist down. Fuck. Wie soll ich denn die Runde noch klären? So übelst aufgeregt, wie ich bin. What the fuck? Der nächste ist weg. Tür ist hier auf. Oh, 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 oh. Sie ist direkt neben mir gewesen. Ich bin weggelaufen, ich habe sie gesehen. Oh, ich war so, fuck. Alter, hätte ich das jetzt noch geholt. Ja, GG. Oh, vielen, vielen Dank. Oh, ihr seid so geil. Oh, uff. Moin, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also ich muss sagen, das war wirklich Next Level. Mega nice. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich wieder das nächste Mal auf Twitch bin. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.